Hallo meine Lieben, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wie versprochen eine wunderschöne erste magische Weihnachtsgeschichte. Sie heißt Der Zauber der Weißen Rose und es ist ein Lilist for Original. Da bin ich immer sehr gespannt, wie euch die Geschichten gefallen. Auch am Samstag gibt es auf meinem zweiten Kanal, der Tiefschlaf-Oase, eine wunderschöne Einschlafgeschichte, auch ein Lilist for Original, die da heißt Das verborgene Teil der Schneezwerge und überhaupt wird es im ganzen Rest vom November und Dezember wirklich wahnsinnig schön. Auf euch wartet eine tolle Mischung aus Originalgeschichten von mir und alten Klassikern und wenn ihr die auf keinen Fall verpassen wollt, dann klickt am besten noch hier und in der Tiefschlaf-Oase auf Abonnieren und die kleine Glocke. Und jetzt würde ich sagen, stellt euch schon einmal die Frage, ob ihr in der kältesten Nacht des Jahres im Schneesturm tanzen würdet. Und dann lehnt euch zurück und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. Der Zauber der Weißen Rose Der Morgen dämmerte über dem kleinen Dorf, als die ersten Sonnenstrahlen die frostige Erde küssten. Die Felder lagen unter einer dicken Schneeschicht und die Hügel, die das Dorf umgaben, glitzerten wie Edelsteine im kalten Winterlicht. Anastasia zog ihren abgetragenen Mantel fester um ihre Schultern und atmete die frische, eiskalte Luft ein. Sie war eine junge Frau, die sich trotz der Widrigkeiten des Lebens die Hoffnung eines Kindes bewahrt hatte. Eine Hoffnung, die tief in ihrem Herzen ruhte, auch wenn sie oft von der harten Realität des Alltags überschattet wurde. Ihre Familie hatte nicht viel und das Geld reichte selten für mehr als das Nötigste. Die Arbeit auf den Feldern war hart und ließ ihre Hände rau und müde werden. Doch in Momenten wie diesem fühlte sie, dass es mehr geben musste. Ihre Wangen waren bereits von der Kälte gerötet und ihr Atem bildete kleine Wolken in der kalten Winterluft. Heute hielten Anastasias Hände etwas Kostbares umschlossen. Ein paar spärliche, aber liebevoll zusammengebundene Blumen, die sie und ihre Mutter das ganze Jahr über gehegt hatten. Sie hatten diese Blumen wie kleine Schätze gepflegt. Jeden Tag ein wenig Wasser und ein Lächeln, selbst dann, wenn das Leben schwer war und die Ernte knapp. Nun, inmitten der klirrenden Kälte des Winters, waren diese Blumen ein Symbol für den ungebrochenen Glauben daran, dass es immer noch etwas Schönes gab, das sich festhalten ließ. Sie wusste, dass diese Blumen ihr vielleicht genug einbringen würden, um ihrer Familie ein bescheidenes, aber warmes Weihnachtsfest zu bescheren. Sie waren wie ein Stück Sommer mitten im Winter, ein zarter Hauch von Wärme, der an bessere Zeiten erinnerte. Anastasia hoffte von ganzem Herzen, dass die Menschen auf dem Markt diese kleinen Farbkleckse genauso schätzen würden wie sie selbst. Ein Zeichen der Hoffnung, dass selbst in der härtesten Kälte etwas Wunderschönes blühen konnte. Der Markt war bereits in vollem Gange, als Anastasia den kleinen Platz betrat. Sie wurde empfangen aus einem Meer aus bunten Ständen, über den sich Rauch und Dampf von heißen Getränken und Speisen vermischten. Die Stände waren reich geschmückt mit Tannenzweigen, roten Bändern und glitzernden Lichtern, die in der Dämmerung des Wintertages leuchteten. Der Duft von gebrannten Mandeln, frischem Brot, warmem Apfelwein und gerösteten Kastanien schwebte in der Luft und schuf eine fast märchenhafte Atmosphäre, die einem das Gefühl gab, in eine andere Zeit versetzt zu sein. Kinder liefen lachend über den Platz, ihre Stimmen wie Glockenklang in der kalten Luft. Die Händler boten lautstark ihre Waren an, von handgeschnitzten Holzspielzeugen über warme Schals bis hin zu kleinen funkelnden Glasornamenten. Die Erwachsenen schlenderten durch die Reihen der Stände, eingehüllt in dicke Mäntel. Ihre Gesichter waren gerötet von der Kälte und immer wieder blieb jemand stehen, um eine Kleinigkeit zu kaufen oder einen warmen Schluck Apfelwein zu genießen. Ein kleiner Chor hatte sich in der Nähe eines der größeren Stände versammelt und sang leise Weihnachtslieder, deren Klänge sich mit dem Lachen und Rufen der Menschen mischten. Über allem hing eine Stimmung der Vorfreude und des Miteinanders, und das Licht der Laternen und Fackeln, die den Platz säumten, tauchte die Szene in ein goldenes Schimmern, als sei der ganze Markt von einem sanften Zauber umhüllt. Anastasia stellte ihren kleinen Stand auf, eine einfache Holzkiste, die sie mit einem alten, aber sauberen Tuch bedeckt hatte. Sie ordnete die Blumen sorgfältig, damit sie trotz der winterlichen Kälte ihre ganze Pracht entfalten konnten. Der zarte Duft der Blumen vermischte sich mit den würzigen Aromen des Marktes, als würde der Sommer selbst einen Augenblick in den Winter hineinlächeln. Ihre Augen glitten über die Menschenmenge, und sie bewunderte die schönen Kleider und Mäntel der wohlhabenderen Dorfbewohner. Die Frauen trugen warme Pelzkragen und farbenfrohe Schals, während die Männer mit ihren edlen Hüten und dunklen Mänteln ein stolzes Bild abgaben. Kinder mit roten Wangen und strahlenden Augen zogen kleine Schlitten hinter sich her, und die funkelnden Lichter der Stände spiegelten sich in ihren Blicken wieder. Doch anstatt Neid zu empfinden, lächelte Anastasia. Sie war froh, hier zu sein, umgeben von der Lebendigkeit des Marktes, von der Wärme, die in den kleinen Gesten der Menschen zu spüren war. Dem Lachen der Kinder, den freundlichen Grüßen der Händler, dem dampfenden Becher Apfelwein, der von Hand zu Hand wanderte. Ja, sie fühlte sich reich. Nicht durch Gold oder Geld, sondern durch die Wärme in ihrem Herzen und den Glauben an ein besseres Morgen, das in Augenblicken der Freude und des Miteinanders schon greifbar schien. Ein alter Geiger, dessen faltiges Gesicht von den Jahren der Freude und des Leids gezeichnet war, begann in der Nähe zu spielen. Er trug einen abgenutzten, aber sorgfältig gepflegten Mantel und seine Finger, trotz ihres Alters noch erstaunlich beweglich, glitten über die Seiten der Geige, als hätten sie mit ihr eine unausgesprochene Vertrautheit. Die Melodie, die aus dem Instrument erklang, war sanft, melancholisch und doch voller Wärme. Eine wehmütige Erinnerung an vergangene Winter, an Nächte, die im Schein eines lodernden Kamins verbracht wurden, an das Lachen geliebter Menschen und die Geborgenheit, die Weihnachten in die Herzen der Menschen brachte. Der Klang der Geige schien sich mit den Düften des Marktes zu vermischen, als ob der Rauch des Apfelweins und der süße Geruch der gebrannten Mandeln den Tönen einer sichtbare Form verliehen. Anastasia schloss kurz die Augen, ließ die Musik durch ihre Seele fließen und fühlte, wie sie sie an einen Ort brachte, der ihr vertraut und doch längst vergangen schien. Es war, als würde die Musik eine Brücke schlagen zwischen dem Jetzt und einer Zeit, die voller Wunder war, als das Leben selbst noch ein Geheimnis bag, das nur darauf wartete, entdeckt zu werden. Die Töne umarmten die Kälte des Winters, als wollten sie die Herzen der Zuhörer erwärmen. Und Anastasia spürte, wie eine tiefe Ruhe sie durchströmte, während die Melodie in der Luft verweilte und für einen Moment die Welt um sie herum, still und friedlich machte. »Frische Blumen, frische Blumen für das Weihnachtsfest!« rief Anastasia mit ihrer klaren, hellen Stimme und versuchte, die Aufmerksamkeit der vorbeigehenden Menschen zu erregen. Sie klang freundlich und hoffnungsvoll, und die Worte halten über den Platz und vermischten sich mit den Klängen des Marktes, den Rufen der Händler, dem fröhlichen Gelächter der Kinder und dem leisen Summen des Geigers. Einige Leute blieben stehen, überrascht von der unerwarteten Farbigkeit der Blumen, die inmitten der weißen Schneedecke wie kleine Wunder wirbten. Eine ältere Frau, eingehüllt in einen dicken blauen Mantel, trat näher, ihre Augen von der Zeit gezeichnet, aber voller Wärme. Sie betrachtete die Blumen mit einem nachdenklichen Lächeln, als würde sie eine Erinnerung an vergangene, glückliche Tage sehen. Sie kaufte einen kleinen Strauß. Ihre Finger zitterten leicht, als sie die Münzen aus ihrer Börse herauszog, und sie bedankte sich mit einem zarten Lächeln, das Anastasias Herz berührte. Die junge Frau spürte, wie ihre Finger vor Kälte taub wurden. Doch ihr Herz fühlte sich leichter an, gerade so, als ob die Blumen, die sie verkaufte, nicht nur Farbe, sondern auch ein wenig Hoffnung in die kalte Winterwelt brachten. Während sie eine Weile in ihre Gedanken versunken war, bemerkte sie einen Mann, der sie aus der Ferne beobachtete. Er war anders als die anderen Menschen auf dem Markt. Alles an ihm schien aus einer anderen Zeit zu stammen. Sein langer, dunkelschimmernder Mantel, der wie aus seiner vergangenen Epoche wirkte, die kunstvollen Stickereien an seinen Manschetten, seine hohen Lederstiefel, die auf eine Handwerkskunst hindeuteten, die es heute kaum noch gab. Selbst die Art, wie er sich bewegte, schien etwas Zeitloses an sich zu haben, als würde er nicht ganz zu dieser Welt gehören. Seine Augen hatten eine Tiefe, die Anastasia unerklärlich berührte. Als wären sie Zeugen von Geschichten und Geheimnissen, die weit über das hinausgingen, was die Menschen um sie herum kannten. Langsam kam er näher, und es schien, als würde die Menschenmenge wie von Zauberhand zur Seite weichen, um ihm Platz zu machen. Es war als trüge er eine Aura von Magie um sich, die die Welt um ihn herum in einem anderen Licht erscheinen ließ. »Ist dies euer Stand, junge Frau?« Seine Stimme war sanft, beinahe wie ein Flüstern, das dennoch bis in ihre Seele zu dringen schien, als wäre es von einer alten Melodie getragen, die längst vergessene Erinnerung weckte. Anastasia nickte, unsicher, ob sie vor diesem Fremden Angst haben oder sich zu ihm hingezogen fühlen sollte. Doch es war nicht seine äußere Erscheinung, die sie fesselte. Es war, als würde eine unsichtbare Macht sie zu ihm ziehen, als trüge er die Schwere und das Wissen vergangener Zeiten in sich. Seine Augen schienen nicht nur zu sehen, sondern tief in ihre Seele zu blicken, als könnten sie all ihre Sorgen und Hoffnungen erkennen. Es war diese Tiefe, diese unerklärliche Verbindung zu etwas Größerem, das ihr Herz für einen Augenblick stillstehen ließ. Sie spürte die Kraft eines Versprechens, das sie nicht in Worte fassen konnte, aber dessen Bedeutung ihr Herz intuitiv erfasste. Alles an ihm strahlte etwas Unergründliches und Magisches aus. Seine Haltung, die von einer vergangenen Eleganz zeugte, seine Augen, die eine Tiefe hatten, als hätten sie Jahrhunderte der Freude und des Leids gesehen. Diese Augen schienen sowohl traurig, als auch hoffnungsvoll zu sein, als würden sie Geschichten von verlorenen Träumen und dennoch ungebrochenem Glauben erzählen. Die Zeit um sie herum schien langsamer zu werden, während er sprach, gerade so, als würde seine Gegenwart die Welt in eine andere Dimension tauchen, in der alles möglich war. Sie zeigte ihm ihre sorgfältig gebundenen Sträuße, doch der Mann schien nur Augen für eine einzige Blume zu haben. Eine weiße Rose, die trotz der winterlichen Kälte und der einfachen Umstände ihrer Pflege in voller Pracht erblühte. Der Fremde lächelte. Diese Rose, sie ist etwas ganz Besonderes. Wisst ihr, was sie bedeutet? Anastasia schüttelte den Kopf, ihre Augen auf die Rose gerichtet. Der Mann nahm sie behutsam in die Hand und für einen Moment schien alles um ihn herum zu erstarren. Er betrachtete die Rose, als könne er in ihren zarten Blättern ein uraltes Geheimnis erkennen, etwas, das weit über den einfachen Anblick einer Blume hinausging. Seine Finger glitten sanft über die Blütenblätter, als wollte er die Essenz von Hoffnung und Liebe in sich aufnehmen. Er neigte leicht den Kopf und ein sanftes Lächeln umspielte seine Lippen, während seine Augen einen Ausdruck annahm, der sowohl Staunen als auch tiefe Ehrfurcht widerspiegelte. Es war beinahe, als ob die Rose für ihn eine Erinnerung an längst vergangene Zeiten darstellte, an Wunder, die er selbst erlebt oder gesehen hatte. Diese Rose ist mehr als nur eine Blume. Seine Stimme klang beinahe wie ein Flüstern, das vom Wind getragen wurde. Sie steht für Hoffnung, für die Liebe, die niemals vergeht und für den Mut, das Unmögliche zu wagen. Mit einer fließenden Bewegung zog er eine zweite Rose aus seinem Mantel hervor, eine, die genauso wunderschön war wie die erste. eine Rose, jedoch eine Rose, die ein wundersames Leuchten in sich trug, das Anastasia den Atem raubte. Verkauft mir eure Rose und nehmt im Gegenzug die meine an. Haltet sie in Ehren. Wenn ihr den Mut habt, in der kältesten Nacht des Winters im Schneesturm zu tanzen, wird sich euer Leben für immer verändern. Bevor Anastasia etwas erwidern konnte, hatte der Fremde Geld auf ihren Stand gelegt und sich umgedreht. Sein Mantel wehte im Wind und noch bevor sie seine Worte ganz erfassen konnte, war in der Menge verschwunden. Anastasia stand verwirrt da, die weiße Rose des Fremden in ihren Händen und sie fühlte ein seltsames Kribbeln in ihrem Herzen. Seine Worte klangen in ihr nach, während der Schnee sanft um sie fiel. Und für einen Moment schien es, als wäre die ganze Welt in einen zarten, silbernen Zauber gehüllt worden. Die Tage nach dem Weihnachtsmarkt zogen sich wie ein stiller, endloser Winterfaden dahin. Das kleine Dorf war tief in Schnee gehüllt und die Abende brachten eine Kälte mit sich, die wie ein schwerer Mantel über den Dächern lag. Anastasia dachte oft an die Begegnung mit dem geheimnisvollen Marktbesucher zurück. Die Worte, die er gesprochen hatte, schienen sich in ihrem Geist eingenästet zu haben. Und die weiße Rose, die er ihr geschenkt hatte, stand auf dem Fensterbrett in ihrer kleinen Kammer. Jeden Abend, wenn das Feuer im Kamin leise knisterte und die Flammenschatten an die Wände warfen, betrachtete sie das liebreizende Geschenk. Die Blume stand in voller Blüte, ein Wunder inmitten der klirrenden Winterkälte. Ihre Blätter strahlten wie der erste Schnee im Morgenlicht, und noch immer schien es, als würde ein zartes, silbriges Leuchten von ihr ausgehen. Es war, als hätte der Fremde einen Hauch von Magie hinterlassen, der die dunklen Nächte erhellte und Anastasia ein Lächeln auf die Lippen zauberte. Sie erzählte ihrer Mutter von der Begegnung, doch die Augen der älteren Frau blickten nur müde und besorgt. Märchen, mein Kind, sagte sie leise und strich Anastasia liebevoll über das Haar. Die Welt ist voller Märchen, doch das Brot auf dem Tisch und die Wärme im Haus kommen nicht von Träumen. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir mit unseren Händen schaffen können, nicht auf flüchtige Versprechungen. Die Hoffnung ist etwas Schönes, aber sie darf uns nicht von der Wirklichkeit ablenken. Lass dich nicht von leeren Worten verleiten, die nur ein trügerisches Licht in dunklen Zeiten sind. Trotz der mahnenden Worte ihrer Mutter konnte Anastasia nicht anders, als auf das Versprechen des Fremden zu hoffen. Ein kleiner Funke in ihrem Herzen sagte ihr, dass das Leben mehr zu bieten hatte als die endlose Abfolge von kalten Wintern und heißen Sommern, die harte Arbeit auf den Feldern und das Dasein in einfachen Mauern. Die Rose schien ein Versprechen zu sein, dass Wunder geschehen konnten, wenn man nur den Mut hatte, daran zu glauben. Am Tag vor Heiligabend zog ein Schneesturm auf, der den Himmel in ein sanftes Grau tauchte, so als ob der Winter die Welt in ein ruhiges Schweigen hüllen wollte. Bereits am Nachmittag verdichteten sich die Wolken und dicke Schneeflocken begannen, in einem endlosen, friedlichen Tanz zur Erde zu schweben. Bald schon lag das ganze Dorf unter einer weichen, glitzernden Schneedecke und die Welt schien in einer sanften, träumerischen Stille zu versinken. Der Wind säuselte leise um die alten Mauern des Hauses und die Flocken wirbelten wie kleine, tanzende Sterne durch die Luft. Anastasia stand am Fenster und blickte hinaus, während der Schnee die Landschaft in eine magische, weiße Ruhe-Oase verwandelte. Der Anblick ließ sie erschaudern, doch nicht aus Furcht, eher aus einer ehrfürchtigen Faszination. Sie fühlte sich, als ob die Natur selbst sie rief, mit einer Stimme, die nur sie hören konnte. Etwas in ihr flüsterte ihr zu, dass der Moment gekommen war, der Moment, den sie seit dem Weihnachtsmarkt ersehnt und zugleich unbewusst gefürchtet hatte. Die Worte des Fremden klangen ihr in den Ohren. Wenn ihr den Mut habt, in der kältesten Nacht des Winters im Schneesturm zu tanzen, wird sich euer Leben für immer verändern. Anastasia spürte, wie ihr Herz schneller schlug, und sie wusste, dass sie es versuchen musste. Irgendetwas an diesem Sturm, an diesem Moment fühlte sich wie eine Einladung an. Eine Einladung an die, die den Mut hatten, über die Grenzen ihrer Welt hinaus zu gehen. Sie zog ihren alten Mantel über, wickelte einen Schal um ihren Hals und nahm die weiße Rose vom Fensterbrett. Ihre Mutter sah sie besorgt an, doch Anastasia lächelte und sagte, ich werde bald zurück sein, Mutter, ich muss nur etwas herausfinden. Bevor ihre Mutter etwas erwidern konnte, öffnete Anastasia die Tür und trat hinaus in die eisige Winternacht. Der Wind schlug ihr entgegen und der Schnee wirbelte in dichten Flocken um ihre Gestalt, als wollte er sie herausfordern. Doch Anastasia fühlte keine Angst. Stattdessen durchströmte sie eine seltsame Kraft, eine Kraft, die wie ein uralter Ruf aus ihrem Inneren emporstieg und sie zum Zentrum des Sturmes zog. Der kleine Platz, auf dem sie vor wenigen Tagen ihre Blumen verkauft hatte, lag still und verlassen da, als sei für diesen Moment nur für sie geschaffen worden. Der Schnee bedeckte alle Oberflächen mit einem funkelnden weißen Mantel und das Licht der Laternen am Rand des Platzes schimmerte durch die tanzenden Flocken wie ein warmes Versprechen. Anastasia trat in die Mitte des Platzes, schloss die Augen und ließ die eisige Luft über ihr Gesicht streichen, während die Kälte sie umfing wie ein alter Freund, der sie willkommen hieß. Sie spürte das Kribbeln in ihren Fingern und die frische, klare Kälte auf ihren Wangen. Gerade so, als würde sie eins werden mit der winterlichen Welt um sie herum. Und dann begann sie zu tanzen. Es war ein einfacher, ungeschulter Tanz, doch es schien, als würde die Welt selbst ihren Schritt begleiten. Die Flocken wirbelten um sie herum, als würden sie mit ihr tanzen. Und der Wind trug eine Melodie, die nur sie hören konnte. Ihre Füße glitten über den Schnee und sie drehte sich, die Rose fest in ihren Händen. Die Kälte schien zu verschwinden und stattdessen spürte sie eine Wärme, die von innen kam, eine Wärme, die alles durchdrang. Plötzlich begann die weiße Rose in ihren Händen zu leuchten. Ein sanftes silbriges Licht breitete sich aus und tauchte den Schnee in ein magisches Glühen, als ob tausend Sterne auf die Erde gefallen wären. Anastasia fühlte, wie sich die Umgebung um sie herum veränderte, als ob der Atem der Zeit für einen Augenblick anhielte. Das Licht wurde immer heller und ein zarter, schimmernder Nebel begann aufzusteigen, um sie wie in einen tanzenden Schleier zu umhüllen. Sie spürte, wie eine unsichtbare Kraft sie ergriff, warm und voller Versprechen, als würde sie von einer liebevollen Hand geführt. Ihr Herz pochte und ehe sie sich versah, schien die winterliche Szenerie um sie herum zu verblassen, bis sie vollständig verschwunden war. Anastasia eröffnete die Augen und fand sich in einer anderen Welt wieder. Der Sturm war vergangen, doch die Luft schien erfüllt von einer alten tiefen Magie. Die Landschaft um sie herum wirkte anders, die Bäume standen höher, die Äste schienen von einer verborgenen Lebendigkeit zu flüstern, und der Schnee glitzerte in einer Art, wie sie es nie zuvor gesehen hatte. Es war, als hätte sie einen Schritt zurück in eine vergangene Zeit getan, als Märchen noch Wirklichkeit waren, und der Winter selbst eine Geschichte erzählte. Vor ihr stand der Fremde, der die Rose gegeben hatte. Sein Antlitz war verändert, er wirkte jünger, und seine Kleidung war nicht mehr der schlichte Mantel, sondern ein prächtiges Gewand, das im Licht der Rose schimmerte, als sei es aus Mondstrahlen gewoben. Sein Blick war warm und tief, als ob er alle Geheimnisse dieser Welt kannte, und ein sanftes Lächeln umspielte seine Lippen. Anastasia schaute den Fremden mit großen Augen an, während der Schnee leise unter ihren Füßen knirschte. Wo bin ich? fragte sie mit zögernder Stimme. Der Fremde trat einen Schritt näher und legte sanft eine Hand auf ihre Schulter. Du bist in einer Zeit, in der Träume und Wirklichkeit noch eng miteinander verwoben sind. Dies ist der Ort, an den deine Hoffnung und dein Mut dich geführt haben. Anastasia konnte kaum begreifen, was sich vor ihren Augen entfaltete. Die Bäume um sie herum trugen keinen gewöhnlichen Frost, sondern funkelnde Eiskristalle, die wie zahllose Juwelen im zarten Licht der untergehenden Sonne glitzerten und einen zauberhaften Schimmer verbreiteten. Der Fremde deutete mit einer eleganten Geste auf einen schmalen Pfad, der sich wie eine silberne Schlange durch den stillen Wald schlängelte. Folge mir, Anastasia, es gibt etwas, das deine Seele berühren wird. Zögernd aber neugierig setzte sie sich in Bewegung und ihre Hände hielten noch immer die leuchtende Rose umklammert. Der Pfad führte tief in den Wald und je weiter sie ging, desto stärker spürte sie, dass sie hier Teil eines lebendigen Märchens war, eines uralten Geheimnisses, das sich nur jenen offenbarte, die an das Wunderbare glaubten. Der Wald schien zu atmen, als könnten die Bäume ihre Gedanken flüstern hören, als würden sie ihren Mut mit einem sanften, ermutigenden Rascheln segnen, einem Lied der Natur, das nur für sie gesungen wurde. Der Fremde blieb stehen und deutete auf eine kleine Lichtung, auf der sich ein einfacher, aber prächtiger Brunnen befand, der von Eiskristallen und moosbewachsenen Steinen umgeben war. Dieser Brunnen ist kein gewöhnlicher Ort, erklärte er mit einer Stimme, die so sanft war wie der winterliche Wind. Er birgt die Träume jener, die den Mut haben, das Unmögliche zu wagen. Anastasia trat näher, ihr Herz klopfte erwartungsvoll, als sie das klare, schimmernde Wasser betrachtete, das sich sanft in dem Brunnen bewegte. Das Wasser spiegelte nicht nur ihr eigenes Gesicht wieder, sondern offenbarte ihr auch eine Zukunft, die sie bisher nur in ihren tiefsten Sehnsüchten gewagt hatte. Eine warme, heimelige Hütte, in der das Feuer sanft knisterte, lachende Kinder, deren Augen vor Freude funkelten, und eine Familie, die sie liebevoll in der klirrenden Kälte der Winterabende umarmte. Es war eine Zukunft voller Geborgenheit, voller Wärme und Liebe, in einer Welt, in der jeder Tag ein neues Wunder versprach und in der Glückseligkeit keine flüchtige Hoffnung, sondern ein ständiger Begleiter war. Dies ist, was möglich ist, sagte der Fremde, doch jedes Geschenk verlangt einen Preis. Du musst den Mut finden, die Vergangenheit loszulassen, die Sorgen, die Enttäuschungen, die kalten Winterabende, an denen du an das Fenster getreten bist, den Schnee draußen beobachtet hast und dachtest, das Leben hätte nichts anderes für dich vorgesehen. All diese Lasten musst du ablegen, um dich der Zukunft voller Hoffnung zuzuwenden. Anastasia schluckte. Ihr Herz klopfte nochmals schneller, während sie die Bedeutung seiner Worte erkannte. Sie wusste, was er meinte. Es war nicht nur der Mut, in einem Schneesturm zu tanzen, sondern auch der Mut, die alten Gedanken der Begrenzung hinter sich zu lassen, die Angst vor dem Unbekannten und auf das zu vertrauen, was ihr Herz ihr zuflüsterte. Es war der Mut nicht nur in der Kälte des Winters zu bestehen, sondern das Licht in sich selbst zu finden, dass ihr den Weg in eine neue, wundervolle Zukunft wies. Aber warum ich? fragte sie schließlich und blickte den Fremden an. Was ist das Besondere an mir? Der Mann schaute sie an und in seinen Augen lag eine Wärme, die all ihre Zweifel zu beruhigen schien. Das Besondere, Anastasia, ist nicht, dass du anders bist als andere Menschen. Das Besondere ist, dass du die Welt noch immer mit den Augen eines Kindes siehst, mit einer Unschuld, die die Schönheit in den einfachsten Dingen erkennt, mit einer Hoffnung, die unerschütterlich bleibt, selbst, wenn die Welt oft grau erscheint. Du siehst die Funken der Magie im Schneefall, das Versprechen eines neuen Morgens im ersten Licht des Tages, du hast dir die Fähigkeit bewahrt, das Wunderbare im Alltäglichen zu erkennen. Wie das Lächeln eines Fremden, das Strahlen einer Blume im Winter oder das Leuchten einer Rose, die Liebe und Hoffnung verspricht. Du hast nicht aufgehört zu glauben, dass Wunder möglich sind, und das, meine Liebe, ist die größte Gabe von All. Anastasia nickte langsam, das Licht der Rose schimmerte weiterhin in ihren Händen. Was muss ich tun? fragte sie schließlich. Der Fremde legte ihr eine Hand auf die Stirn und plötzlich fühlte sie eine sanfte Welle von Wärme, die durch ihren ganzen Körper floss. Tanze, Anastasia, Tanze, bis die Welt sich verändert und bis auch du verstehst, dass jeder Schritt, den du machst, dich dem Glück näher bringt. Mit diesen Worten trat der Fremde zurück und begann langsam in der Dunkelheit des Waldes zu verblassen. Anastasia stand still, die Rose fest umklammert. Sie wusste, was sie zu tun hatte. Sie drehte sich um und ließ die Musik des Windes ihr Herz erfüllen. Wieder hob sie ihre Arme und begann zu tanzen. Nicht mehr nur für sich selbst, sondern für all das, was möglich war, für all die Wunder, die sich in einer einzigen schneeverwehten Nacht entfalten konnten. Mit jedem Schritt wurde die Welt um sie herum lebendiger, der Schnee schien förmlich zu glühen und ein Lächeln stahl sich auf ihre Lippen. Der Brunnen begann zu leuchten und plötzlich war sie umgeben von einer Spirale aus Licht, die sie sanft in die Lüfte hob. Anastasia fühlte sich schwerelos und die Grenzen ihrer Welt verschwanden, so als ob die Sterne selbst zu ihr herabsahen und ihr den Mut zusprachen, die ihr bisher gefehlt hatte. Das Licht wurde immer heller und plötzlich wurde Anastasia zurückgezogen, fort von diesem Ort der Magie, zurück in die Wirklichkeit. Ein letzter Blick auf den leuchtenden Brunnen und dann verschwand alles um sie herum. Sie fand sich auf dem Marktplatz wieder. Der Schneesturm hatte aufgehört und der Schnee lag friedlich auf dem Boden. Die Rose in ihren Händen strahlte noch immer ein sanftes silbriges Licht aus und sie wusste dass die Begegnung mit dem Fremden kein Traum gewesen war. Sie blickte sich um doch der Platz war leer. Nur der alte Geiger spielte irgendwo in der Ferne eine leise Melodie. Anastasia lachte. Sie wusste, dass sich etwas in ihr verändert hatte, dass sie den Mut wieder gefunden hatte, zu hoffen. Anastasia kehrte nach Hause zurück und die Rose leuchtete ihr den Weg durch die stille, schneeweiße Landschaft wie ein Stern. Ihre Mutter wartete bereits an der Tür stehend, mit Sorgen in den Augen, während der Wind die Flamme der kleinen Laterne neben ihr flackern ließ. »Kind, wo warst du nur?« fragte sie. Ihre Stimme zitterte vor Angst und Erleichterung zugleich. Doch als sie die Blume in Anastasias Händen erblickte, ein Licht, das so klar und rein strahlte, als hätte es das Mondlicht selbst eingefangen, verstummte sie. Ihre Augen weitete sich und für einen Augenblick schien die Magie der Rose auch sie in ihren Band zu ziehen. Mutter, ich habe etwas Wundervolles erlebt, sagte Anastasia und ihre Augen strahlten dabei, wie einst, als sie noch ein kleines Mädchen war und voller Vorfreude den ersten Schnee des Winters betrachtete. Ich habe den Mut wiedergefunden zu träumen, so wie damals, als ich noch an all die Wunder dieser Welt glaubte. Die Mutter sah sie an, sah das Leuchten in den Augen ihrer Tochter und plötzlich war da etwas. Eine Hoffnung, die auch ihr eigenes Herz zu berühren begann, wie eine lang vergessene Melodie, die nun wieder erklang. Anastasia stellte die liebgewordene Rose auf den Tisch und augenblicklich erfüllte ihr Licht den ganzen Raum, als ob der Mond und die Sterne selbst mit hineingekommen wären. Es fühlte sich an, als ob die verlorene Wärme der Kindheit zurückgekehrt wäre. Die Zuversicht, dass das Leben mehr bereit hielt als Mühsal und Entbehrung. Ein Versprechen, das in dieser magischen Nacht wahrhaftig greifbar geworden war. Am nächsten Morgen erwachte Anastasia mit dem Gefühl, dass die Welt ein anderer Ort geworden war. Als hätte der Zauber der vergangenen Nacht den grauen Schleier des Alltags beiseite gezogen und alles mit einem neuen strahlenden Glanz versehen. Sie trat ans Fenster und sah, dass das Dorf in einen sanften Schimmer gehaucht war, als ob eine unsichtbare Hand es mit einem goldenen Schleier der Hoffnung bedeckt hätte. Der Schnee funkelte wie tausend kleine Diamanten und der Rauch, der aus den Schornsteinen der Häuser stieg, schienen der Morgensonne zu tanzen. Die Menschen kamen aus ihren Häusern, eingehüllt in dicke Mäntel und ihre Gesichter strahlten vor Freude und Zuversicht. Anastasia sah, wie die Kinder lachend durch den Schnee tollten, während Erwachsene stehenblieben, sich unterhalten und dabei lächelten. Ein Lächeln, das von Herzen kam, frei von Sorgen. Die Weiße Rose hatte ihren Zauber verbreitet. Und an diesem Heiligabend schien es, als wäre das ganze Dorf von einer unsichtbaren Wärme durchdrungen, die die Herzen aller Menschen erfüllte. Jeder spürte das Geschenk der Hoffnung und der Liebe. Eine Liebe, die aus der Dunkelheit des Winters erstrahlte und selbst die kältesten Tage erhellte. Anastasia konnte nicht anders als zu lachen, denn sie wusste, dass sie ein Teil dieses Wunders war. Als der Abend kam, stand sie erneut auf dem Marktplotz. Ihre Füße glitten über den schneeweißen Boden und jeder Schritt schien ein zartes Flüstern der Magie in die klare Winterluft hinaus zu tragen. Der Wind spielte sanft mit ihrem Haar und umhüllte sie, als ob er selbst Teil ihres Tanzes wäre. Und er trug die Melodie ihrer Hoffnung weit hinaus in die Welt. Es war ein Lied voller Sehnsucht und Verheißung. Es war, als würde der Wind das Versprechen der Weißen Rose in die Herzen aller Menschen tragen. Ein Versprechen, das Glück jenen gehört, die den Mut haben, in der tiefsten Kälte des Winters zu tanzen. Der Schnee glitzerte und funkelte wie Sterne auf der Erde und für einen Moment hielt die Welt den Atem an, verzaubert von Anastasias Tanz, während die Magie der Nacht die Dunkelheit mit einem sanften, silbrigen Licht erfüllte. Das war unser erstes magisches Wintermärchen dieses Jahr. Wenn es dir gefallen hat und du gerne weitere Lilis vor Originalgeschichten hören möchtest, lass mir gerne ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen hoch da. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut. Bis zum nächsten Mal.